Sony hat mir God of War gezeigt, das neue PS4-Spiel, das im Rahmen der Pressekonferenz pompös und lärmend diese Veranstaltung eröffnet hat. Und ich muss leider sagen, sehr viel mehr als in der Pressekonferenz gezeigt wurde mir nicht gezeigt. Die Entwickler haben dieselbe Demo abgespielt, sie haben sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, sie haben ein bisschen was dazu erklärt und einige wenige Fragen beantwortet. Immerhin, das Interface war zu sehen, so ein paar Hard-Elemente, da gibt es zum Beispiel eine Wut-Anzeige. Wut ist ein zentrales Spielelement im neuen God of War. Kratos hat so seine wilden Jahre hinter sich, hat sich in den Norden zurückgezogen, Hipsterbart wachsen lassen und will eigentlich gar nicht mehr wütend und böse sein. Er hält sich auch ein bisschen zurück, wenn es darum geht, dass sein Sohn wieder irgendwelche Dummheiten macht und ein kleines Weichei ist. Aber wenn dieses Rage-Meter gefüllt ist und ob das jetzt dynamisch passiert oder nur zu solchen Bossfights, da wollten sie auch noch nicht so wirklich was verraten, dann lässt er halt den Knüppel aus dem Sack und haut auch mal einen riesen Troll zusammen. Der übrigens unserer Meinung nach, also ich und die deutschen Journalisten-Kollegen sind sich da einig, auch mit Quicktime-Events versehen war, denn der Typ, der uns das vorgeführt hat, hat ja währenddessen auf dem Controller rumgedrückt. Anscheinend waren da die Button-Overlays ausgeblendet, dem schönen Schein wegen. Und ansonsten ist das Spiel halt schon ein bisschen anders. Die Kameraperspektive ist näher am Charakter dran. Es ist eher wie bei einem Third-Person-Action-Spiel, eher wie bei so einem Tomb Raider oder, ja, bei einem Witcher. Eigentlich noch sehr viel näher dran, hat schon fast von einem Shooter. Und das ist angesichts der Spielereihe ziemlich ungewöhnlich. God of War hat immer schon diese festen Kameraperspektiven, diese Vogelperspektive, die auch das Kämpfen leichter macht, wie auch Spiele wie Bayonetta oder Devil May Crys machen. Die Entwickler sagen, das haben wir lang genug gemacht und wir wollen einfach dem Spieler zum einen mehr ermächtigen, sich umzuschauen, näher heranzugehen an die Action und es spielt auch zu dieser Sache mit dem Sohn hinzu. Kratos hat schließlich einen Sohn, wie er heißt, keine Ahnung, das wollen sie auch nicht sagen. Aber mit dem interagiert er das komplette Spiel über. Dieser Sohn wird mehr und mehr lernen und die ganze Zeit an Kratos Seite kämpfen. Und wir haben das in der Demo gesehen, an dieser Szene, wo er ihm den Schuss auf den Dammhirsch beibringt. Und das wird dann weiter ein Spielelement sein. Es gibt eine dedizierte Taste, um den Sohn im Kämpfen eingreifen zu lassen. Uns wurde das gezeigt, der hat dann so Eispfeile verschossen. Ich denke mal, das sah man auch bei der Pressekonferenz, um einzelne Gegner zu lähmen. Und der Sohn würde nicht funktionieren mit einer normalen Kamera. Es wäre nicht möglich, dass da irgendwie so etwas wie ein intimes Verhältnis oder Story oder Emotionen aufkommt, wenn der Sohn so ein winziges Knöpfchen ist, das neben dem Kratos bei so einer Vogelperspektive hinterherläuft. Deswegen ergibt das alles Sinn. Außerdem gibt es jetzt noch so leichte Rollenspielelemente. Es gibt Materialien zu finden. Es gibt verschiedene Items. Die Spielwelt ist keine Open World, aber es gibt schon überall verschiedene Schleichwege, Alternativrouten. Es gibt Items zu entdecken. Sie scheinen sich da vielleicht eine Scheibe von The Last of Us abzuschneiden, einen Hauch Rollenspiel ins Spiel zu bringen. Aber tief im Herzen ist das neue God of War definitiv ein Actionspiel. Und die Unterarmklängen fehlen. Sie haben uns eine Axt gezeigt, die eine sehr zentrale Rolle einnehmen soll, die upgradbar ist und verschiedene Effekte hat. Wir haben da Eismagie gesehen, die man per Tastendruck wegschleudern kann. Dann kämpft man mit den Fäusten weiter. Ein weiterer Tastendruck bringt sie auf magische Weise wieder in unsere Hände. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie sind auch ein bisschen ausweichend gewesen, die Entwickler. Es wird andere Waffen geben. Aber sie meinten, wir konzentrieren uns jetzt auf diese Axt. Und im Hintergrund macht man jetzt Zeichen, dass ich viel zu viel gelabert habe. Deswegen sage ich so viel. Das neue God of War, ich bin dann nicht sehr viel schlauer als nach der Sony-Pressekonferenz. Aber es sieht fantastisch aus und es gibt ordentlich aufs Maul.